Und deshalb ist der RPD18X242S nur was für Ryobi-Fans. Höchstenloser 18-Volt-Motor, der sich mit allen 18-Volt-Akkus von Ryobi antreiben lässt. 13mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter. Zweiganggetriebe mit 24 Drehmomenteinstellungen zur Feinjustierung bei insgesamt 2,12kg mit 4Ah-Akku. Supertolle Marketing G5-Gripzone, was übersetzt heißen soll, gummiert, gutes Handling, wenig Vibration, Punkt. Das Ganze bei maximal 95 Nm hartem Drehmoment, weiches wird nicht angegeben, Detective Conan ermittelt. Außerdem bis zu 500 Umdrehungen im ersten und 2100 Umdrehungen im zweiten Gang. Seine Aufgaben erledigt er zuverlässig und schweißfrei. Und schneidet das Dinofleisch schweißfrei. Kleine Schrauben, große Schrauben, 32er Schlangenbohrer und Steinbohrer. Hey, null Problemo! Alles in allem ein solider Schrauber, der für seine Leistung zu viel Geld kostet. In unserem Preisvergleich liegt er mit zwei Akkus und Lader bei frechen 270 Euro.